Siegerin vom letzten Jahr ist also Siegerinlie auf den letzten Rätten! Vorzieher ist die Erschi-Flohe! Gleichlich! Siegerinlie! Ja, schon zweimal gewonnen jetzt, letztes Mal die Hitze, jetzt der tiefe Boden. Was war Härte? Also der tiefe Boden war auf jeden Fall härter für mich. Wie war das Rennen heute? Nicht ganz so heiß, es ging von den Temperaturen, aber durch das ganze Wegrutschen und ein bisschen in der zweiten Runde im Stau gestanden, das war schon anstrengend heute. Der Sieg bestätigen ist immer etwas ganz Spezielles, was bedeutet das für Sie heute? Also für mich persönlich ganz viel, die Saison hat halt schwer angefangen und mal gucken, ich komme jetzt so langsam in Fahrt. Wie haben Sie das ganze Rennen erlebt? Können Sie das kurz schildern? Ja okay, die erste Runde habe ich versucht, ein bisschen Druck zu machen, ein bisschen Vorsprung rauszuarbeiten, weil ich wusste, in der zweiten Runde kann es knapp werden, durch den ganzen Stau auch noch ein bisschen auf der Strecke. Aber es hat ja gerade so gepasst, es war gut. Tiefer Boden, kaltes Wetter, wie fühlen Sie sich? Also so im Moment ganz gut, ja. Dankeschön. Ich brauche es. Danke. 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 Danke.